Mojön! Wie geht's euch da draußen? Hier ist wieder Lutz und der Daniel und wir stehen diesmal vorm CEDEOS-System Grazie Ja, mit Krieg ist gut für das Geschäft Ja, und was ist gut für Business? Einer meiner Lieblingsregeln der Ferengi... Regeln? Wie heißen die auf Deutsch? Die? Erwerbsregeln Genau, die Erwerbsregeln Gut, auf Acquisition in Englisch Gut, würd ich sagen, geh mal ein Aufhauen wir doch mal gucken Oh meh Seit wann sind wir jetzt eigentlich Bayer? Soll ich jetzt die Erfolge machen? Vergess mal das einfach Ach, das ist doch die Mission oder besser gesagt Zeug, wo wir keinen vollen Input benutzen Hm Danke Weißt du was? Wir teilen uns auf Ist effektiver Ist effektiver Ja, äh Ich verliere ja auch Ich verliere ja auch HP ja, die ganze Zeit Hm, aua, maximal 1% insgesamt Oh, so schnell So schnell, so lange irgendwie das Wenig wie das ist, ist wieder... Ich verliere ja, was ist noch empathy Ja, der ist hier Oder ist das Achein Ja, der ist Interesse Möspüre 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 Welche Kann ich jetzt bitte vollen Impuls wiederkriegen? Ne, niemals Äh, nur einfach mal vollenergien Antrieb So, mal gucken Wer jetzt die Orioles lieb zu mir sind Was sie sicherlich nicht sein werden Hm, könnte ich vielleicht doch Oh, ich hab sie geschafft, super Raus hier Glück gehabt Was haben wir denn hier? Ein Starbase 114 Irgendwo, an der Zivilisation Da, wo nie ein Mensch zuvor wieder hin will Ich meine, die Gegend sieht nicht aus Komm, so ein schöner, giftgrüner Planet Was? Irgendwelche Frachträume überfallen? Oh mein Gott, wen interessiert das? Ah ja, uns Scheiße Nein, da müssen wir Deppen geschickt werden Sind da gut genug dafür Ja, Tour5 und Jessen Macht mal Ihr Putzen geht mal weg hier Gebt mal aus den Augen Ne Macht mal da in komischen Frachträumen rum Äh, diesmal mache ich jetzt hier nicht den selben Fehler und mach wieder Gymnastik Ja, ja, ja Moin Commander Ich pitch noch Willkommen auf Stern-Parsis-Bla Wo sind die Frachträume? Und jetzt zeige ich es euch mal in Rund, es ist Englisch Es ist eher wirklich Englisch Hm? Ach ja, Kymasite, das kenn ich ja noch Mensch, wie viel muss ich denn updaten? Der fängt auch nicht an richtig runter zu laden, der legt die ganze 27 Kilo ein Wie kann ich helfen? Gar nicht Ruf Kryptik an und sag, wie sollen wir bis der Donner-Zubo bereitstehen Äh, Kryptik macht doch mal im Termin, das ja dämlich ist, never-win-Toneline Jüber Pseuer Pseuer ointed leider Trojer ann